Das ist der große Obstacle, wir werden den Kleiner wohl rocken, oder? Wir machen Obstacle, weil die Leute es markiert. Können wir auch nochmal hoch. Nachvolle gehen wir, dann gehen wir mal hoch. Na dann, go go. Obstacle, ja. Ich fahre sowieso Obstacle gefahren. Obstacle? Michael, bereitet sich noch vor für Obstacle. Achtung! Ey, das musste einen Spaß machen, ey, verdammte Scheiße. Wir sind ja schon mal mitgefahren, ne? Das Licht ist nicht hier wieder vorne. Der fährt da links rüber. Wir können ja mal gucken, wo der hinfährt. Die stehen immer noch so dämlich hier rum. Ja, das ist irgendwie blöd, ne? Oder wir fahren einfach vorbei, wir sind Arschlöcher, kommt. Ah, nee, jetzt fährt der ja los. Doch nicht, doch. Gut, wir warten noch 20 Sekunden. Das ist das Schildkirchen, die warten so nacheinander ab. Ne, wir fahren zusammen. Okay, ich glaube... Ich glaube, wir können... Los jetzt, bevor man merkt... Oh, kommt jetzt hier los. Hier ist gerade leer. Da muss er vorne fahren für. Was soll das? Da ist da besser... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.